Ja dann, ab zur Höhle. Saibot? Brauch Essen. Ich auch. Ich brauch Essen. Ich hab Hunger auch. Bei meinem Haus gibt's Essen. Ich wollt grad sagen, Saibot macht's gut, aber der kann uns ja beobachten von da oben. Ich mach Mittag. Bei meinem Haus ist ein Trockengestell mit Essen. Boah. Ich mach uns Mittag. Ich hab uns einfach mal nen Kopf mit dazu gelegt. Ich hab Filze gegessen. Ah ja. Nicht gut. Doch. Ähm. Das sieht lecker aus. Das wird's auch sein. Hier hängt doch noch nen Kopf. Was wollt ihr denn alle? Oh. 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 Komm an den Kopf. Ja. Ich tu den mit drauf. Oh. 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 Darauf erstes Mal. Eine Runde Musik würd ich sagen. Da ist mein Kopf durch. Oh. Oh ja. Tanzbaby. Ja. Headbang. Oh. Oh ja. Tanzbaby. Ja. Headbang. Hat der die Mutanten gehört? Hat der die Mutanten gehört? Hat der die Mutanten gehört? Ja. Äh. Ich hab nur irgend so'n... Sorry, weil ich... Wie seh ich denn aus? Wie ein weibliches Tewardess? Ich tritt kurz die Spinnerleine. Ich tritt kurz die Spinnerleine. Wenn ihr wollt, könnt ihr melden. Wo ist er denn? Na, dann schuf's jetzt. Ich will die Mutantenrüstung. Äh. Es sind auf jeden Fall drei normale. Da war ne Dori, Junge. Ne Dori. Oder wie hieß die? Der dumme Fisch aus Nebem. Die sind richtig wie normale. Das war die Dori, ja. Dort war ein Dori. Jetzt ist halt immer noch die Frage. Ich brauch was zu saufen. Dann komm zum Flugzeug. Die Soda müsste auf jeden Fall wieder da sein. Ja. 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 Und Clay, wenn du Stoff brauchst, äh, hier am Flugzeug, ne? Die Koffer. Ja. 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 Läuft bei dir. Ja. 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 Yeah. Ja. 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 Oh redemption. hier sind vier Mutanten vier Stück an unserer Base einmal der Fette, der alles kaputt macht zwei Spinnen, eine Spinnen, ein Tentakel also ein Thaddeus, ein Crabs und ein... ne, zwei Thaddeus ich töte jetzt alle ich schaff's nicht, mein Speer ist weg dann komm, weg da ohne mein Speer schaff ich's nicht was hast du gemacht da drüben so weit ich könnte jetzt Dynamit zünden aber dann würde das weh... äh... Ding zum Tanten Ding ne die halten ein... die halten ein... ähm... oh lecker du hier Thaddox, warum mit Feuerzeug? es ist hell genug? es ist hell nicht der Tag? hey, ich bin halt Bühne, ja ok oh Mist, das wollte ich nicht Aaaaaah Aaaaaah was war los? mach ich was war los Tyrox hush nischt hier kommst nur hoch wer ist... ist doch oben nischt und uns helfen Aaaaaah ich hab sie gesehen und ich glaub die hat mich gesehen ich bin gleich die umsingle mich umsingle mich Hilfe ich bin auf jeden Fall erstmal in der Base und da bleib ich jetzt auch hab den ersten gekillt hab den ersten gekillt ich halt ihn jetzt ich hab ne Sklaven, Leute Tyrox, komm mal hier zu uns ähhhh ähhhh komm mal herz da raus die wollen mit dir spielen ich lass die Tür einfach zu du lass ich mich mach, kürzt du auf, ich sterbe ich hab keinen Ausdauer mehr ich verliegert ich sterbe Tür ist offen Bist du dir sicher, dass du mit mir spielst? wie so machst du jetzt Tür zu? Weil du gesagt hast, du bist tot Melvin, wegen dir bin ich vertraut Du hast gesagt, du bist tot ähhhh Sieh ich mir kurz, Sieh ich mir kurz schnell 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 okay Echt? Wow, Melvin du hast auf jeden Fall verstanden dein Leben Das ist doch jetzt echt schlechter Scherz, oder? Wieso bin ich jetzt am spawnen, Dude? Ja, der erste Bau mit dem Ausguck ist im Arsch Ich bin froh, dass die mich noch nicht gesehen haben Ihr müsst die Sperre drauf öffnen, die Sperre machen so viel damage Ich bin froh, dass die mich noch nicht gesehen haben Die sind eigentlich voll easy Hätte ich Ausdauer Ja, der ist auf der Mauer Japp, der ist auf der Mauer Ich komm kurz rüber und clear Ich verstehe es nicht Hier, tu mal Das Tor bitte zulassen Ey Warum? Ich muss rein irgendwie Dann renn von der anderen Seite rein Okay, ich hab's Oh nein, mein Loop ist das draußen Bei dem Ey, ernsthaft? Hä? Hä? Wenn ich den Hut habe, kann ich den Hut haben Ich weiß Na gut Okay, machen wir auf drei raus Ich geh da nicht raus Ich geh da nicht raus Bitte, ich geh da raus Ich mach das jetzt Du siehst, dass der erste Baum schon im Arsch ist, wo ein Ausguck drauf war Nein, ich schieße sie von oben an Also von ganzem weg Ja, äh, ne Wie macht man sich einen Bogen? Äh, Stoff, Seil und Holz Ich hab keine Pillen mehr Komm mal zu mir hier ins Haus rein Guck mal, du weißt Wie macht man sich nochmal ein Seil? Äh, sieben Stoff oder acht Danke Kein Kein Problem Ich hab noch vier Stück Ich feile, macht man Na hier, komm mal her Äh, Melvin Nimm die auch gleich Ist ne Heilmischung Ah, okay Danke Bitte Feile macht man Äh, Federn und Stock Der nächste ist tot Guck hier rein Guck in die Vogelhäuser Guck in die Vogelhäuser Hier, Tyrox, Tyrox, Tyrox Vogelhäuser Wir können rauskommen, wie sind alle tot Hier, Vogelhäuser reingucken Da sind Federn drin Wir können rauskommen, sind alle weg Sechs Federn, gut Also sieh zumal Es sind definitiv nicht alle tot Ich habe noch einen grad Nein, ich höre noch einen Ach da, ich seh die letzte Mal noch Ich geh die letzte Mal kurz Aus dem einen Eingang, wo die vorhin waren Könnt ihr jetzt raus, da ist keiner mehr Ja, aber hier hinten ist halt noch das Tor offen Das ist ohne Ja, zum Glück habe ich das geschlossen Die wären jetzt reingekommen Ich komm mit dir ein So, der nächste ist tot Und alle sind tot Ich hab alle gekillt Jetzt auf diesen Channel Nackte Haut Wo ist denn der andere hin? Ich kann nicht alle zeigen Bei mir hier liegen zwei Wir haben hier den Einen gefunden Auf vier Mutantenrüstung, geile Scheiße Hier liegt Einer Und mir liegt zwei Ja, aber der vierte ist weg Lass ich zeige euch Boah, bis da klopft die Habe ich ihn getroffen? Tatsächlich Habt ihr den bei mir schon? Den haben wir schon, ja Okay, warte Der andere liegt hier irgendwo Warte Hier hinten Oder ne, ist Holz Warte Der liegt hier irgendwo Oder er ist schon despawned Keiner noch Ja, der ist wohl eher schon despawned Ja, glaub auch Ne, selben tue ich hier nichts mehr Boah, Speer ist so OP Liegt den Speer So, ja Die Holzstämme hier Die hier draußen liegen Die werden jetzt gelagert Weil dadurch Da braucht man den neuen Ausguck Wenn Der Baum nachgewachsen ist Wollen wir jetzt schon? Ja, Moment jetzt Ich will erstmal das Holz hier safen Das war ne Kack-Aktion Naja, wir haben Mutantenrüstung Ja, aber trotzdem Du musst doch ja bedenken Wir haben jetzt auch ein bisschen was eingesaut Äh, äh, nicht Cybert, Maven ist zweimal gestorben Ja, ist schon dieses Schlimme Er kriegt's dann nur doch wieder Ja, aber trotzdem Äh, Ausguck Und der war beim Flugzeug Muss er sich holen Ausguck ist weg Kann man neu bauen Ja, wenn der Baum da ist Stimmt Das ist das nächste Ding Und aufm Ausguck war Zaun und Fackel Deswegen wird das Holz Was durch den Baum und den Ausguck jetzt hier ähm Äh, äh Ja, ihr wisst schon Das wird jetzt aufgehoben Für den nächsten Ausguck Boah, ernsthaft, eh ein verficktes Holzstock Das ist Das ist Das ist Das ist Geht das kaputt? Nein, Gebäudeschaden ist aus Okay Sonst wär ja unsere Mauer jetzt instant down gewesen Ich mach grad was nicht cooles für uns Damit werden wir Spaß haben Bei den Bänken Ich sag nur das Ich sag nur bei den Bänken Ich sag nur bei den Bänken Ja, also Was wollen wir jetzt genau machen? Komm mal zu Bänken Ich möchte euch was zeigen Was richtig geil ist Äh, wollten wir nicht in die Höhe oder so? Ja, können wir dann noch Ich will euch nur was zeigen kurz Ich muss auch kurz in den Baum abfangen Das wird unser Gemeinschaftsort Da besprechen wir uns Wenn nicht, dann fliege ich noch mal ein bisschen Holz Au Ja, tut mir leid Zwei Rüstungsteile kaputt Verdient Ich hab meine ganzen Rüstungsteile verloren War auch nicht so schön Ernsthaft, eh ein verfickbeschissener Knochen fehlt mir noch Ich hab keinen Knochen Ich hab keinen Knochen Mal gucken Wollte ich ja den Wichser hier verbrennen Er kommt ja mal zu den Bänken Ich will euch was testen Wo er die Bänken war Wo die Bank war Setz dich mal alle hin Heik Das ist ziemlich, äh Sprennevolle Leidenschaft On fire On fire Nein Auf, nein Ja, die Gemeinschaft Falsch Er weg Warte, ich komm zu dir Ey, ihr Was? Warum ist unter Melvin sein Außenfeuer? Achso Achso, das ist meine Ja, da Kann man drunter Und dann brauche ich mir da so meine kleine Höhle ein Das ist voll cool, das kann ich mir cool vorstellen Also Äh Oh Scheiß, ich bin auf Feuer Der ist weg Scheiß behindertes Feuer, ey Hat noch jemand zufälligerweise einen einzigen Knochen im Inventar? Ich hab nicht mal einen Ich hab 13 Danke Bitte Ich seh da hinten nur einen Baum umkippen So Ja, das war ich Nein, nein